hallo und herzlich willkommen wie ihr seht habe ich es endlich geschafft hier den radio zum laufen zu bringen also beziehungsweise das radio auf englisch den funkmasten auf deutsch und ja wie nichts anderes zu erwarten haben die einfach nur ein bisschen saft gebraucht also auch hier haben wir jetzt unsere entklave geschaffen die königin ist tot lang lebe der könig aber ich würde mich jetzt mal langsam interessieren was die bruderschaft also macht spektakulär gut natürlich und dementsprechend gucken wir uns doch da mal an was es gerade für quests gibt die aufgaben und reise nach grey garden wasser marsch spreche mit dem sie aber kinderkrippe zu erwähnen fahren paladin dance hatten ja vor kurzem erst gar nicht so lange her natürlich hier geht es richtung schauen weiter aber ich muss sagen december und victor das ist schon lange her das würde ich gern mal weitermachen und deswegen ist das jetzt der die marschroute die ich ja loslegen will ich muss doch schauen wo muss ich denn überhaupt hin mit diamond city wo ist denn das ding wo ich dafür will hat er zack wird hingereist hätte ich auch gern die bumme macht bestimmt sehr viel spaß aber man kann ja bekanntermaßen nicht alles haben und man muss sich ja auch mal genügen mit dem was man so in seinem eigenen repertoire hat vielleicht gibt es jetzt hier ein bisschen was hoffentlich halten wir uns nicht für guhle haben bestimmt eine ganze munitionskiste verbraucht um die stellung zu halten da ist ganz schön was los hier muss ich sagen also die bruderschaft scheint sich da ordentlich zu verstärken die jungs und mädels also mit so viel gesack und gepackt die kavallerie ist da und hat die dicken knarren mitgebracht ich weiß nicht wo du hin willst aber wenn du weiter zur bruderschaft gehören möchtest solltest du schleunigst hierher kommen okay ja ich habe mich gerade kurzzeitig um entschlossen ich mache hier die stelle in den schatten oh paladin dance hallo entschuldigung paladin dance die kavallerie ist da und hat die dicken knarren mitgebracht damit hat er mich übrigens gerade geholt warum hat die bruderschaft das schiff hierher geschickt wir nennen sie die pritten sie hat genug truppen und ausrüstung an bord um eine großoffensive zu starten wenn sie hier ist dann ist auch ältester maxxen hier und das heißt wir ziehen in den krieg wer ist ältester maxxen maxxen der mann ist ein irrer maxxen ist der befehlshaber dieser sektion der stellenden bruderschaft er ist ein vorbild für jeden soldaten der bruderschaft falls wir in den krieg ziehen dann wird er den angriff anführen das kann ich dir versichern nun wie dem auch sein du wirst die pritten jetzt ganz aus der nähe kennenlernen ich habe befehle erhalten dass wir beide uns sofort auf dem schiff melden sollen folge mir aufs dach des polizeireviers zeit für einen kleinen ausflug ausflug klingt ja klasse da habe ich ja richtig bock drauf gott sei dank habe ich hier gerade die mission angenommen weil das klingt genau nachdem wie ich es mir gerade vorstelle und wünsche wenn die pflicht ruft darf keine zeit vergeudet werden geht raus so Cambridge also ich muss ja sagen ich habe ja so pro anderen sachen so immer viel respekt in dem spiel gehabt und ich erschrecke mich das eine oder andere mal aber auf das was jetzt kommt und hier dieses schiff in der nähe zu sehen da habe ich jetzt richtig bock drauf ab in den vertubert voll cool also das das minigun vor dir ist geladen und feuerbereit wenn dir während des flugs gegner aufhalten dann benutze sie verstanden natürlich ja 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 alles klar wo sind die ziele wo sind die ziele sind keine ziele wie sehr sich die wahrnehmung des schlachtfelds verändert sobald man in der luft ist diesen vorteil werden wir brauchen wenn wir gegen das institut bestehen wollen sie haben bereits gezeigt dass sie uns technologisch überlegen sind das institut wir haben keine ahnung was für waffen ihnen noch zur verfügung stehen ich werde unsere luftüberlegenheit und unsere taktische erfahrung diesen nachteil ausgleichen jetzt müssen wir sie nur noch finden und ich wette ältester max wird einen plan ausgearbeitet haben wenn wir ankommen ja der ist weg aber irgendwie so keine coolen ziele vielleicht sehe ich einfach nur nicht die ziele die ich sehen will habe ich hier nicht mal so ungemein unangenehme gegner gesehen irgendwie kommt mir so bekannt vor wir befinden uns im anflug auf den flughafen brittmann sollte gleich direkt vor uns zu sehen sein da ist übrigens so einen kampfroboter ok aber auf diesen schiff da muss ich auch immer mal bei zeiten hin so lässig oder ist es da ist es also man sieht es ist hier noch einiges zu erforschen in dem spiel also langweilig wird ist ein da aber sowas von nicht also nicht schön der bostoner flughafen es ist so lässig gemacht also man sieht schon ich würde gar nicht drauf kommen wenn ich mich da mit der stehenden früderschaft hin das wäre was wo ich gar nicht erkunden könnte da ist sie es ist schon viel zu lange her dass ich das letzte mal an bord war ok soldat das ist der moment in dem sich alles ändern wird ich hoffe du bist bereit eigentlich bin ich ja ein general will ich ja nochmal gesagt haben also die mittelmann und ich wir sind ja ja also wir würden euch schon ein blatt machen wenn wenn wir wollten also pass mal auf wie du mit mir sprichst so wo geht hin hoch runter links rechts reingesogen das haus aus aus auch cool wer lustig wenn er runter springt erlaubnis an bord kommen zu dürfen erlaubnis erteilt willkommen zurück paladin lass mich der erste sein der dir zum erfolgreichen abschluss deiner mission gratuliert und das ist unser neuer rekrut ja sir ich habe ihn im feld zum anwärter befördert und möchte seine aufnahme persönlich unterstützen ja wir haben deine berichte gelesen es wird dich freuen zu hören dass ältester maxim deinem antrag stattgegeben hat der rekrut untersteht deinem kommando danke sir wie lauten meine befehle du sollst auf der print bin bleiben und weitere anweisungen abwarten sehr gut sir ich kann die chef untersuchen ad victoriam captain ad victoriam paladin chef untersuchen so so du bist also der zivilist die ihn paladin dance unter seine fittiche genommen hat jup du siehst mir nicht gerade nach einem soldaten aus tut mir leid dich zu enttäuschen es tut dir leid so etwas höre ich normalerweise nicht von einem soldaten wenn du dir einen platz unter den besten verdienen willst musst du etwas härter ihm nehmen werden ich habe mir paladin dances bericht angesehen er glaubt dass du eine bereicherung für die bruderschaft sein wirst vielleicht denkst du dass eine solche empfehlung dir einiges an spielraum bei uns einbringt also lass mich eine sache klar stellen die stählerne bruderschaft ist ins commonwealth gekommen um ein bestimmtes ziel zu erfüllen als kommandant dieses schiffs werde ich nicht zulassen dass jemand diese mission gefährdet ganz egal für wie wichtig er oder sie sich hält verstanden absolut absolut gut das wäre alles soldat dein befehl lautet dich für die ansprache zum befehlsdeck zu begeben danach möchte sich älteste maxen mit dir unterhalten wenn du noch fragen hast dann stell sie jetzt ansonsten kannst du wegtreten wo bekomme ich eine power rüstung nur rittern ist es gestattet die power rüstung der bruderschaft zu tragen und du bist kein ritter noch nicht bis älteste maxen dich in diesem rang befördert wirst du mit dem auskommen müssen was du hast sonst noch was ich habe keine fragen dann empfehle ich dir dich direkt zum befehlsdeck zu begeben nein will ich nicht ich würde gucken du bist auch kein voller anblick ist hier irgendwas aber egal was ich alles was ich looten würde wird wahrscheinlich mir ordentlich ärger einbringen nein ich kann looten das ist ja voll gusugi stuhl ich darf munition mitnehmen das gefällt mir schon mal äußerst gut dann gehe ich doch mal dahin wo sie haben wollen dass ich hingehe keine munitionskrisse keine munitionskrisse ja ja ist ja gut ich hasse diesen befehlston ich war übrigens in der realen welt nicht bei der bundeswehr dementsprechend ich bin jetzt nicht so fan von diesem ton aber gut ist mir ja egal ich kann ja hier trotzdem looten weg 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 ja das wäre lieb wenn du schon so fragst komm mal her hey ich höre dir aufmerksam zu bitte ich glaube ein fat man bis ich da wieder mal eine mini atombobob das dauert kellox pistole könnte übrigens auch mal ausrüsten fällt mir gerade auf das machen wir doch gleich mal ich glaube die ist ja ganz gut welche was für schuss nimmt die 44 ja machen wir das einfach mal zu einem favoriten was ist denn da die mächtige die info doppelläufige die herrschaft na dann machen wir es doch auf die sieben so so da ist nix milchflasche ne mit allein gut ich habe es hieß mal irgendwo das muss jetzt fast mit euch machen dass man hier die wache auch weg stecken kann schnell pause ok ne finde ich jetzt gar nicht weil da hieß es eben von wegen kannst du steck doch mal deine waffe weg und vielleicht wirst du ja nicht immer von allen attackiert aber gut ich habe es gerade probiert ich finde es nicht also von dem her ich habe alles getan und das sonst nix mehr dann gehen wir wieder hoch da wo wir eigentlich hin müssen ich darf alles looten brüder und schwester der weg den wir zurückgelegt haben war lang und beschwerlich entschuldigung unsere ankunft im commonwealth verlief schnell und reibungslos damit hat jeder einzelne von euch meine erwartungen übertroffen ihr habt diese große tat vollbracht ohne ihren zweck zu kennen und noch beeindruckender ohne sie je in frage zu stellen jetzt da das schiff sein ziel erreicht hat ist es an der zeit den zweck unserer mission so oft unter dem commonwealth ein geschwür bekannt als das institut ein bösartiger tumor der herausgeschnitten werden muss bevor er zutage tritt und alles verseucht sie experimentieren dort mit gefährlichen technologien die zum zweiten mal in kurzer folge zum untergang der welt führen können die wissenschaftler des instituts haben eine waffe entwickelt deren zerstörungskraft sogar die der atombombe übertrifft sie nennen ihre schöpfung sünd eine roboter perversion der technologie mit freiem willen und in gestalt eines menschen der gedanke dass eine maschine einen freien willen hat ist nicht nur abstoßend sondern auch extrem gefährlich und wie die atomkraft hat auch diese erfindung das potenzial uns zu vernichten wenn sie nicht richtig genutzt wird ich werde nicht zulassen dass das institut diese experimenten fortsetzt daher erkläre ich das institut und ihre sind zu gegnern der stillernden bruderschaft die rasch und ohne gnade ausgeschaltet werden sollten dieser feldzug wird kostspielig sein und viele werden ihn mit dem leben bezahlen aber am ende werden wir die menschheit vor ihrem größten feind bewahren sich selbst ad victoriam ad victoriam so mir ist das schicksal der leute des commonwealths wichtig das sehe ich sie spielen mit dem feuer und wir müssen sie retten ganz genau ich hoffe nur dass wir nicht zu spät sind ich weigere mich zuzulassen dass sich die fehler der vergangenheit wiederholen was wollen sie von mir ich will dass sie verantwortung für diesen planeten übernehmen dass sie anfangen etwas zu bewegen und wie ich so in paladin dances bericht gelesen habe haben sie diesen weg bereits eingeschlagen da er einer meiner angesehensten offiziere im feld ist könnten sie kaum eine bessere empfehlung haben aus diesem grund befördere ich sie hiermit zum ritter zusammen mit ihrem neuen rang erhalten sie eine power rüstung die sie auf dem schlachtfeld schützen wird tragen sie sie mit stolz ja nur ein ritter warum bin ich nicht paladin wie dance die bruderschaft folgt einer strengen hierarchie und der rang bestimmt die position ein paladin steht einige stufen über einem ritter und dance hat viele jahre gebraucht um es so weit zu bringen aber wenn sie der bruderschaft treu dienen können sie diesen rang ebenfalls erreichen davon bin ich überzeugt wie auch immer wenn sie sich mit der pritwin und meinem stab vertraut gemacht haben melden sie sich auf dem flugdeck soldats willkommen an bord der pritwin erfüllen sie uns mit stolz so cool ich hab ich bin paladin ne doch nicht ich bin kein paladin aber ich bin jetzt hier schon ne wurst schon ritter da krieg ich schon meine eigene power rüstung mhm da steht vielleicht auch al karamba drauf wenn ich ganz lieb bin wie ist der status alles auf grün sir nichts neues gut weitermachen ritter ich schaue erstmal was ist hier so geht ich gehe doch nicht ohne dass ich hier mich versorge das ist bestimmt alles auch später wieder da ich gratuliere zur beförderung bitte danke kleine hab dich lieb oh das nämlich nicht das ist hier alles das ist wahrscheinlich alles von vom oberpost naja aber ins terminal kann ich das nicht rot nix waren sich jetzt als spannend gerade erachte aber ne ich sehe schon hier sollte ich nichts nehmen auch nicht aus versehen drauf drücken das ist es ist ich bin das hier super cool alles ja ich weiß und wenn ich es nicht so die knack ich doch das da hab ich gut dafür schön vier raketen da ist es schön bleibt alles zusammen ich weiß es ist für euch unglaublich langweilig aber für mich ist das hier ein schlag raffen land das war mein persönlicher lager behälter karambas lager ich habe der schlaft auf meinem bettchen naja dann nehme ich halt mir von dem sein lager was ein schlag raffen land überall munition es ist so 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 schön und ich kann von jedem alles looten ohne dass ich ärger bekommen also dieses bruderschaftsgedöns da muss ich sagen sagen wir sind hier schon nett untereinander wenn jemand zwar meine kiste kommt würde ich noch mal fünf raketen wäre ich ein bisschen knatschiger muss ich gestehen aber nicht die nicht die sind alle voll relaxed so ja ja klar nimmt ruhig egal besser nicht aus den augen ja ja wie sehr auch angst am vormen sind ich habe ich habe halt alles jetzt gehen wir zu paladin dance schauen was der so sagt hier ist er immer noch ein muschi alles nicht hat uns unterhalten wenn du mit ältester märkten und paladin dance gesprochen das habe ich schon hätte bär und der butter ne ist nix ok es wäre ein bisschen arg fies stimpack medics jet alles meins alles meins redx noch ganz säge infusionsbeutel flutpaket stimpack keine munition zufällig und wie sah es da draußen aus stimpack hallo paladin da bist du ja wie lief es mit ältester mexen mexen scheint im vergleich zu den anderen ziemlich jung stört dich das nicht lass dich von seinem alter nicht täuschen mexen ist ein brillanter taktiker ein ausgezeichneter kämpfer und er hat eine idealistische vision für die zukunft der bruderschaft ich würde ihm ohne zu zögern überall hin folgen er ist ein sehr entschlossener mann er klingt als stünde er hinter allem was er sagt natürlich tut er das wie könnte es auch anders sein ich hoffe nur du verstehst welches risiko es für mich ist dass du so schnell in unsere reihen aufgenommen wurdest um es mal ganz direkt zu sagen wenn du mist baust sind wir beide geliefert ich werde dich nicht enttäuschen dance versprochen gut ok ich weiß du bist heiß darauf in deine power rüstung zu springen sowas von zum institut zu tragen aber alles der reihe nach um ein effektives teammitglied zu sein musst du dich auf dem schiff auskennen und die crew kennenlernen da ich dein offizieller für sprecher bin würde ich dir empfehlen mich mitzunehmen klingt gut auf geht's wunderbar natürlich nehme ich paladin dance mit das ist ja aber sowas von klar ich schicke ihn auch nach sanctuary his den meinen anderen sind weil es gibt auch nichts schöneres als zu wissen wo alle anderen sind klingt es scheint ziemlich gut zu sein du bist also der neue ritter wenn du mal nichts ich sollte vor 10 minuten bericht erstatten hallo du bist also der neue rekrut von dem man mir erzählt hat hm nicht ganz was ich erwartet habe naja du hörst dich enttäuscht an nicht enttäuscht nur überrascht du siehst nicht wie die ödländer aus die wir üblicherweise anladen ziehen ne mit der maske bestimmt nicht du bist hier um mich zu sehen also können wir es auch gleich hinter uns bringen mein name ist ingrim und diese herrlich schmierige schraubgrube ist der ort an dem du mich für gewöhnlich findest ist deine power rüstung zu engem schritt droht die pritwin abzuschmieren läuft ein roboter amok dann komm zu mir bekomme ich hier meine power rüstung das ist immer die erste frage die die neuen stellen mal sehen ich habe gerade eine recht ordentliche t60 zusammengeflickt der linke bein servo schmiert ein wenig aber das ding hält dir die biester vom leib sie steht in wucht 3 es vergeht kein tag auf diesem kahn an dem nicht 5 oder 6 sachen kaputt gehen und da ich hier feststecke bin ich nicht mehr so agil wie früher die arbeit wird einfach immer mehr eigentlich scheinst du dich ja ganz wacker zu schlagen ist wohl besser als die alternative die dem auch sei wenn du an deiner power rüstung arbeiten möchtest die hat keine beine mehr kannst du gern das werkzeug hier verwenden wenn du mich jetzt entschuldigst ich muss zurück an die arbeit danke dir das gefällt mir doch munition noch irgendwo was man hat nicht gelebt da liegt doch mal stichter ja ja das ist mal eine echte herausfahrung das ist ja ein absolutes schlaraffenland das erkläre ich sicher nicht komm näher ritter ich beiße nicht versprochen schau mal her was da liegt 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 komm ich da rein nein sieht unbequem aus da drin so schlimm ist es gar nicht das hier ist das versorgungslager und ich wie du dir wohl schon decken kannst bin der quartiermeister des Schiffs Proktor Tiegen die Führungsriege hat mich hier eingesperrt damit ich auf die Wertsachen der Bruderschaft aufpasse wenn du für eine Mission noch Vorräte brauchst kannst du sie hier kaufen das ist gut zu wissen freut mich dass du der umgängliche Typ bist die meisten der neuen Rekruten verpassen mir den bösen Blick wenn ich ihnen sage dass sie für ihre Ausrüstung bezahlen müssen aber die gute Nachricht dank der Kronkorben die immer wieder reinkommen kann ich dir auch Sachen abkaufen ich bin hauptsächlich an Waffen interessiert aber ich nehme alles was brauchbar ist er nimmt alles wenn du dir natürlich einfach nur ein paar Kronkorben nebenher verdienen möchtest dann hätte ich vielleicht Arbeit für dich solange ich deswegen nicht im Baulander keine Sorge ich möchte doch auf keinen Fall unseren neuesten Rekruten in Schwierigkeiten bringen es geht nur um ein wenig körperliche Arbeit und Kontakt mit den Farmen vor Ort und da ich hier diesen Ein-Mann-Zoo betreuen muss brauche ich jemanden der mir die Laufarbeit abnimmt wenn du mit den Begrüßungen fertig bist können wir die Einzelheiten besprechen in der Zwischenzeit wenn du was anderes brauchst eine Waffe, eine Mod oder auch nur Munition musst du es nur sagen ich muss echt gucken ich muss echt gucken was von der Atombombe kostet aber ich muss sagen das ist hier schon ungemein hilfreich alles dass man da Munition kaufen kann dass es da überall was gibt und ja das läuft das passt das gefällt mir so gut ich weiß nicht ob das rüberkommt aber ich finde das gigantisch gut habe ich da alles schon gelootet die Truhe noch nicht ja damit jetzt sah das wir es und egal wem das wird was bringen sie einem in der Grundausbildung nicht bei so aber jetzt wie gesagt gehen wir noch weil die Folge ist eh gleich beendet deswegen gehen wir lieber hier noch jetzt weiter und machen da schnell den Rest zu Ende dass ihr das noch seht na klar oh Gott na siehste ich war noch nie in meinem Leben wirklich krank gut dritte Frage bitte antworte ganz ehrlich hattest du je eine sexuelle Beziehung mit einer Spezies die man gemeinhin als nicht menschlich nicht mehr bewusst was er sarkastisch sagt nun da war dieses echt hässliche Mädchen im College ich meine ich musste mich betränken das war eine Wette das entspricht wohl kaum den Kriterien ich trage einfach nein letzte Frage hättest du ein Problem damit einen Feind der Bruderschaft zu töten egal ob Mensch ehemaliger Mensch natürlich nicht nein überhaupt kein Problem hervorragend dann passt du hier ja wunderbar rein hervorragend damit hätte ich alle Informationen die ich brauch ich wüsste keinen Grund dich nicht umgehen die Stoffe zu schreiben wenn du je medizinische Hilfe brauchst dann sag es mir so jetzt noch den letzten und dann haben wir alle abgegrast Hocktor ah gut da bist du ja endlich leg die Bücher einfach irgendwo hin ich schaue sie mir an sobald ich Zeit finde ich fürchte du verwechselst mich da mit jemandem vielleicht sollte ich die Versorgungskästen nach einer neuen Brille durchstöbern da du ja offensichtlich nicht die Person bist die ich erwartet hatte würde es dir etwas ausmachen mir den Grund deines Besuchs mitzuteilen wechseln wollte dass ich die Besatzung kennenlerne du warst der nächste auf meiner Liste ah ja du bist sicher der neue Rekrut den Paladin Dance in seinem Bericht erwähnt hat ja man wird ja schnell bekannt unter normalen Umständen würde ich dir eine angemessene Einweisung in meine Abteilung erteilen allerdings stehe ich enorm unter Zeitdruck da ich Forschungspatrouillen einteilen muss und mit Anfragen zu technischen Dokumenten überhäuft werde leider fehlt mir das Personal um das alles hinzubekommen ich will nicht helfen vielleicht könnte ich dir ja unter die Arme greifen das wäre hervorragend halte bei deiner Patrouille im Kommenwerb die Augen offen nach Blaupausen Memos, Anleitungen, Büchern, Diagrammen also nach allem was brauchbare technische Daten enthält ich bin autorisiert dich für jede Dokumenteneinheit zu entlohnen oh, das ist gut und wenn du gern Teil einer Forschungspatrouille sein möchtest habe ich eine Menge die noch Personal benötigen wie die Monsai es war mir ein Vergnügen dich kennenzulernen, Ritter danke so also da war ja jetzt wirklich viel drin die Folge wir haben viel gesehen mir hat es echt Spaß gemacht auch wenn fest so gesehen nicht viel passiert ist aber vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal euer Alcaramba Level Up